Hallo, heute will ich euch noch eine andere Funktion von PDF2Text zeigen, dass man nämlich positionsgesteuert etwas ausschneiden kann. Also ich möchte jetzt zum Beispiel genau diesen Bereich hier ausgeschnitten haben. Dazu brauche ich aber erstmal die Position und da habe ich etwas Zeit verbraucht, weil ich habe erstmal einen PDF-Editor unter Linux finden müssen, mit dem ich Positionen bestimmen kann und zwar in der Maßeinheit Pixel am besten. Und dabei habe ich dann in der Anwendungsverwaltung diesen Master PDF-Editor gefunden, der mir von der Optik relativ professionell aussah, sodass ich gedacht habe, vielleicht geht es damit. Habe dann hier das Gitter eingeschalten und dann kriege ich hier wunderschöne Linien, wo mir gezeigt wird, wo ich bin. Das heißt, ich sehe ungefähr bei 200 Breite ist dieser Bereich und ab 310 in der Höhe. Und jetzt brauchte ich eigentlich noch den PDF2Text. x2Text-Layout, x soll, was hatten wir gesagt, 200 sein. 300 minus y310. Und jetzt brauche ich noch die Breite und die Höhe. Die Breite ist von 200 bis 250. Also 50. Und die Höhe ist von 310 bis, ach, machen wir 40. Wenn nicht, kann man das ja danach noch anpassen. Muster anschreiben und noch das abschließende Minus. Und jetzt sehe ich schon, ich habe genau diesen Bereich, den ich wollte, ausgeschnitten. Ja, das war es schon wieder. Ne, also wofür brauche ich sowas? Natürlich nicht, wenn ich ein Dokument habe. Das macht keinen Vorteil, sondern das brauche ich natürlich, wenn ich viele gleichartige Dokumente habe und in diesen vielen Dokumenten an einer Stelle eine Information steht, die ich eben hinterher weiterverarbeiten möchte. Und genau dafür ist PDF2Text dann ein geschicktes Tool. Und ich erspare mir viel Müllbeseitigung, wenn ich es einfach ganz gezielt ausschneiden kann. Okay, das war es schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.